Im letzten Jahr war die Aufregung sehr, sehr groß rund um diesen Menschen hier. Thomas Panke hält der Steine. Er hat es doch tatsächlich gewagt, Noppen als sein Logo zu verwenden und wurde dafür von Lego abgemahnt. Ich habe darüber berichtet mit einem YouTube-Video, was fast eine Million Menschen sich angeschaut haben. Aber Lego kann es nicht lassen. Es wird weiter abgemahnt und diesmal hat es wieder Thomas Panke getroffen wegen dieser kleinen Lego-Minifiguren. Und nicht nur Thomas Panke ist getroffen worden, auch noch andere Menschen, die Klemmbausteine, die ähnlich aussehen wie diese Minifiguren, hat es getroffen. Und da ist eine ganze Menge los am Lego-Markt. Was das für die Händler bedeutet, aber was das möglicherweise auch für euch als Käufer von Nachahmungen bedeuten kann, Das zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Und wenn ihr Spaß an Lego habt und an Recht, dann lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, denn dann sind wir genau richtig. Über den Held der Steine haben wir letztens mal gesprochen, als er eine Abmahnung bekommen hat. Wegen seines Logos Held der Steine, da sagte Lego, wir sind die Einzigen, die solche Noppen verwenden dürfen. Und ich hatte mir das Ganze dann angeschaut und habe gesagt, Pustekuchen, da wird Lego nicht ganz so gute Karten haben, denn diese Noppen sind ja technischer Natur und insofern darf jeder auch Noppen verwenden, um zwei Dinge zusammen zu klemmen. Und ich hatte damals schon hingewiesen auf einen Beschluss des Bundesgerichtshofs, den ich euch hier nicht vorenthalten will. Da ging es unter anderem um diese Noppen und um eine 3D-Marke, die diesen Baustein beinhaltete. Diese große Niederlage für Lego im Jahre 2009 war das, glaube ich, da war es eben so, dass die 3D-Marke für diese Noppen aufgehoben worden ist. Also Lego nicht mehr sagen kann, überall wo Noppen drauf sind, das gehört jetzt uns. Also das ist diese recht bahnbrechende Entscheidung vom Bundesgerichtshof, aber auch der Europäische Gerichtshof, Eier hier aus 2009, auch der Europäische Gerichtshof hat das nachher nochmal bestätigt, dass Lego auf diesen Baustein jedenfalls keine 3D-Marke hat. Jetzt könnte man ja erstmal denken, ist ja alles gut, er hätte das Ganze so weiterlaufen lassen müssen, hat er nicht gemacht. Ich habe mir das dann mal angeschaut, er hat jetzt ein anderes Logo, ist vielleicht sogar cooler als das vorherige. Und ist übrigens auch nicht mehr, so sehe ich das aus seinen Videos, der mega große Lego-Fan. Ich glaube, der Thomas Punk hat sonst früher ganz, ganz viel rund um Lego gemacht und jetzt gibt es eben auch alternative Klemmbausteine, die er vorstellt. Und genau das ruft Lego jetzt wieder auf den Plan und sie mahnen ihn wieder ab. Er nimmt es recht lässig in einem Video, was er veröffentlicht hat, habe ich euch unten in der Caption verlinkt, das gucken wir uns gleich zum Teil an. Ja, muss man schauen, ob das alles so lässig genommen werden kann. Diesmal geht es nicht um die Lego-Noppen, sondern es geht um diese kleinen Lego-Minifiguren. Und bei diesen Lego-Minifiguren, da ist es so, dass es um diese Minifiguren auch schon einen Kampf gab, ob die überhaupt geschützt sein können. Und dieser Kampf ist positiv zugunsten von Lego ausgegangen. Denn Lego hat eine Marke, eine 3D-Marke gehabt auf die Noppen, klar, gekippt. Aber sie haben immer noch eine europäische Marke auf dieses Männchen. Und diese Marke, die ihr hier seht, das ist eine sogenannte dreidimensionale Marke, die ist entscheidend für alles, was jetzt kommt. Für all die Abmahnungen, die dort verschickt werden von der Großkanzlei Hogan Lovells, die für Lego Juris AS, ich glaube aus Dänemark sind die, tätig ist. Das sind die Inhaber dieser Markenrechte. Also das müsst ihr euch jetzt einprägen für alles, was kommt. Das ist die Grundlage. Wir haben also eine Marke, die diese 3D-Figur schützt. Und ihr müsst euch ebenfalls noch einprägen, dass es auf Funktionalität nicht ankommt. Also ich gebe euch schon mal einen Tipp. Ihr seht hier die Hände, da geht es so ums Klemmen. Da müsst ihr vergessen, dass diese Klemmhände eine Funktionalität haben. Da geht es jetzt nur um die Optik. Und wenn das Klemmen auf eine andere Art und Weise erreicht werden kann, gut. Und wenn es nicht auf eine andere Art und Weise erreicht werden kann, dann muss man es genauso wieder nachbauen. Dann dürfte man dieses von der Figur nehmen. Also der Hintergrund ist, eine 3D-Marke, wie ihr sie hier seht, soll eine Figur in sich schützen. Eine berühmte 3D-Marke ist zum Beispiel ein Bounty-Riegel, witzigerweise. Also der ist als solches geschützt. Oder habe ich so einen hier liegen? Ja, witzigerweise ist das nicht. Aber ihr kennt vielleicht den Stabilo-Textmarker von Stabilo. Beim Stabilo-Textmarker geht es vorne so spitz zu. Und die haben auch eine 3D-Marke. So wie Lego eben hier seine 3D-Marke auf die Minifigur hat. Die Minifigur, die ist übrigens im Jahre 1976, 78 von Jens Nügert Knutzen, ein Mitarbeiter von Lego, erfunden worden. Und es gibt eben zwei Unionsmarken, die diese Minifigur schützen. Und genau diese Unionsmarken sind jetzt der Anknüpfungspunkt, aus denen Lego vorgeht. Unter anderem, ja, die haben unsere riesigste Abmahnung jetzt verschickt. Nicht nur an Johnny's World und an Thomas Panke, sondern auch noch an einige andere. Und es geht um Minifiguren der Marken Cuman, Linus und Kogo. Also das sind unterschiedliche Hersteller, die ähnliche Produkte wie Lego herstellen. Auch so Minifiguren, kleine Figuren. Ja, das ist ja letztlich. Und ja, wir schauen einfach mal rein, was da den einzelnen Lego-Verkäufern und Klemmbaustein-Verkäufern vorgeworfen wird. Und wir beginnen nicht mit Thomas Panke. Der hat auch ein Video dazu gemacht. Gehen wir gleich darauf ein. Sondern erstmal mit Johnny's World. Der hat das etwas längere und auch aussagekräftigere Video hier gemacht. Hören wir mal rein. Also. Also witzigerweise oder dooferweise, ganz wie man es sieht, war in dieser Verpackung, da haben die chinesischen Produzenten, Blödsinn gemacht, zwei verschiedene Figuren drin. Auf der Verpackung ist diese Figur hier drauf. So ein bisschen im Stil, wie die von Segao jetzt auch genommen wird, die mit diesem quasi Skelettkörper innen drin. Die meiner Meinung nach nicht wirklich aussieht wie eine Lego-Figur und auch nicht dazu angetan ist, da Verwechslungen beim Verbraucher aufkommen zu lassen. Also wie schon was... Okay. Das können wir jetzt schon mal erstmal checken. Wir schauen uns diese kleine Figur an. Und jetzt gucken wir, sieht die ähnlich aus wie diese. Also man sieht hier, der Körper ist so ein bisschen angeschnitten. Hier nochmal runtergeschnitten. Die Beinchen kurz, aber geschwungen. Ja, ein runder Kopf, schauen wir mal. Ja, da würde ich sagen, das ist ein Unterschied. Also man kann ja nicht jede kleine Figur Lego zuordnen. Also es geht zwar in diese Richtung, aber da würde ich jetzt sagen, tatsächlich das ist weit genug weg von der eigentlich geschützten Lego-Figur. Kann man machen. Ja, ist ja fast eher Playmobil als Lego, wenn ich als Nicht-Experte da mal was zu sagen kann. Meine Meinung, ich denke, dass das so ist, dass Lego das naturell und anders sieht. Ja, das kann sich wohl jeder denken. Jedenfalls, das ist die Figur, die hier abgebildet ist. Hier sehen wir... So, das war die Figur, die abgebildet ist. Jetzt haben die allerdings, die Chinesen, eine andere Figur zugepackt. Die gucken wir uns jetzt mal an. 3D-Markenzeichen. Da darf die Minifigur verkauft werden, weil das Patent für die Minifigur ist schon vor über 20 Jahren ausgelaufen. Und daraufhin wurde die als 3D-Marke eingetragen. Und das 3D-Markenrecht gibt es... Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, welche da noch zugepackt worden ist. Diese vielleicht. Das könnte sein. Dann ist die linke die Fälschung, das rechte das Original. Das ist ja auch nicht immer ganz einfach. Da sieht man hier oben den Noppen. Den haben die da weggemacht. Aber der Noppen ist gar nicht das große Problem, ehrlicherweise. Eher so die Kopfform, da wird man drauf schauen. Ja, bei den Händen wird man sich überlegen müssen, kann man auch mit eckigen Händen die gleiche technische Funktionalität herstellen oder muss es einfach, um etwas halten zu können, diese runde Marschrichtung haben. Schusselig, dämlich, ich weiß es nicht genug. Ja, hier ist es schon schwieriger. Das ist natürlich tatsächlich schusselig, dämlich. Wenn diese Figuren, die ja hier unten in Beinen eckig sind und hier am Körper genauso eckig sind, keinen Knick mehr haben, wenn die tatsächlich mit in der Packung lagen, ist das ein relativ eindeutiger Verstoß. Also das ist tatsächlich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was von den beiden ist die Minifigur, die Fälschung, vielleicht ist das rechte die Fälschung. Das wird, vielleicht ist das linke auch eine Fälschung. Also, ja, wenn das noch mit drin lag, dann wird es schwierig. Bezüglich der anderen Figur, sage ich mal, ist die weit genug weg. Die Minifigur, also im asiatischen Bereich, nach meinen Informationen, im asiatischen Bereich, im afrikanischen Bereich. Ja, ihr sagt ja, in Afrika und Asien gibt es keine 3D-Marke. Das kann sogar sein, habe ich jetzt gar nicht gesehen, ob da das Ganze beschützt. Was natürlich immer wieder ist, das darf man niemals vergessen, Lego hat natürlich auch Markenrechte am Namen Lego. Das heißt, den Namen Lego selbst, den dürfte man jetzt nicht wie jetzt hier bei so einem Mini-Raumschiff draufschreiben, auf so einen Noppen. Also hier auf den Noppen steht ja immer noch ein Name drauf, also hier Name Lego, die Marke. Das ist klar, dass das nicht da sein darf. Und da, dass man nicht eins zu eins die Figuren nachbauen darf, ist auch klar. Aber natürlich will hier die Kanzlei, beziehungsweise Lego zusammen mit dieser Kanzlei, den Johnny erstmal unter Druck setzen. Und genau das hat er auch so empfunden, dass er sagt, nee, die wollen, dass ich das nachher nicht mehr verkaufe. Und gucken wir uns das auch einmal an, wie er sich dabei fühlt. Das ist übrigens ein Argument, was sowohl er hatte, als auch Thomas Panke, Held der Steine. Man kann sich das nicht mehr leisten. Da sage ich, das zählt nicht. Also nur, weil Lego viel Geld verdienen will und zu teuer ist, ich meine, das ist freie Marktwirtschaft. Das Argument kommt immer wieder, Lego ist viel zu teuer und die anderen kosten nur ein Drittel oder ein Viertel. Das zählt jetzt hier erstmal nicht. Louis Vuitton ist auch sehr teuer und die Markenfälschungen in der Türkei sind viel, viel günstiger oder China oder was weiß ich. Also das kann man jetzt so nicht gelten lassen. Und damit werden diesen Kindern das Beste, meiner Meinung nach, das beste Spielzeug der Welt vorenthalten für ihre Entwicklung. Ja, auch das leider. Ich bin da, Johnny, deiner Meinung. Es ist schade für die Kinder, weil Lego zu teuer ist. Aber da kann man, also, nee, es gibt schon noch andere tolle Spielzeuge. Also nur eins zu eins nachbauen darf man es deswegen natürlich doch nicht. Konstruktions- und Edukationsspielzeug sind Klemmbausteine. Und wenn ich nur Lego am Markt habe und diese Leute sich das nicht mehr leisten können, dann wäre das ein großer Nachteil für die Entwicklung und Bildung dieser etwas finanziell schwächer dargestellten Kinder. Kann ich nachvollziehen, ist allerdings rechtlich relativ schwer haltbar. Er selbst hatte noch gesagt, dass er sich tatsächlich in die Ecke gedrängt fühlte von der Abmahnung. Um Human auf dem deutschen Markt zu etablieren. Was ich persönlich sehr, sehr schade finde, war Lego. Ja, finde ich jetzt hier aktuell nicht. Aber ich hatte dann noch, das war auch sehr interessant, um, ah, das war, glaube ich, hier rausgepickt. Wie eine Lego-Minifigur. Ich zeige euch das hier auch nochmal gerade. Was da noch weiter abgemahnt wurde, also ein halber Shop ist abgemahnt worden, deswegen ist das hier auch so relevant. Also da nochmal zwei Vergleiche. Lego-Minifigur, hier geht es sozusagen straight runter. Hier haben die noch so einen Knick rein. Kopf ist anders aufgebaut, finde ich, Distanz genug. Und der Linus-Minifigur. Ja, da haben wir auch mal hier so ein Gelenk mit extra Gelenk drin. Also ich denke mal, die Unterschiede sind durchaus angetan dazu, da hat der Hersteller sich schon die Mühe gegeben, wirklich eine eigene Minifigur zu createn. Ja. Die genug Unterscheidungsmerkmale aufweist. Meine ich auch in diesem Falle. Um halt hier mit Lego nicht zu kollidieren. Dann wird hier angesprochen, dass sie auch U-förmige Hände hat. Ja, die hat sie, das ist definitiv so. Wobei diese U-förmigen Hände, die die Lego-Minifiguren haben, eine technische Lösung sind. Die sind ja dafür da, dass die Minifiguren halt Stangen und Werkzeuge und Waffen und derartiges greifen können, die ja wiederum vom Durchmesser dem System der Steine geschuldet sind. Das heißt, es ist eine technische Lösung. Das ist tatsächlich ein guter Hinweis, den der Johnny da gibt. Bei technischen Lösungen ist es so, die sind dann eben nicht mehr enthalten in dem 3D-Schutz. Man muss natürlich weiterhin dafür Sorge tragen können, dass man ein Element wie hier, das ist so ein Suchgerät, irgendjemandem in die Hand drücken kann. Und wenn es da keine anderen technischen Möglichkeiten gibt oder das sozusagen die gängigen technischen Möglichkeiten sind, naja, dann kann man sagen, kann man das auch nachbauen. Und da ist jetzt die große Frage, haben die einzelnen Hersteller sich da weit genug entfernt jeweils? Was ich noch ganz witzig fand, die Anwälte haben sich dann offenbar im Basteln von Lego versucht, aber es nicht ganz hinbekommen. ...nicht mal in der Lage, die Cuman-Minifigur korrekt zusammenzubauen. Das lässt natürlich schon einmal vermuten, dass die gar nicht sich so richtig mit dem Produkt auseinandergesetzt haben. Das fand ich natürlich lustig, also hier sieht man in der Abmahnung irgendwie, wie die das zusammengebaut haben, die Anwälte. Und, äh, oder die haben es ja vielleicht auch geliefert bekommen, weiß ich nicht, ob es die Anwälte waren. Und links, wie es richtig ist, das hat mich zumindest zum Schmunzeln etwas angeregt. Jetzt gucken wir, was der Held der Steine hatte. Der, ähm, hat zwei Figuren nebeneinander gepackt und, äh, hat dann in seinem Video was dazu gesagt, ähm, war, ob jetzt, äh, hier man die Figuren verwechseln kann. Und er argumentiert etwas anders als der Johnny, fast schon, äh, ach, wir gucken uns einfach mal. Ihr eine Chance auseinanderzuhalten, welche Figur von Lego ist und welche von Cuman? Ich meine, ich beschäftige mich jeden Tag damit, also ich sehe es nicht. Die sind ja absolut identisch. Also, da ist ja, da sind zwei Arme dran, zwei Hände, zwei Beine und Kopf. Ja, also ich denke mal, das war Ironie, ja, ähm, äh, wobei, äh, ehrlicherweise, ähm, ähm, also ich glaube, er will mit Ironie sagen, die sind ja völlig unterschiedlich. Das Einzige, was halt unterschiedlich hier jetzt ist, was ich auf die Entfernung sehen konnte, war der Kopf. Ist auch so, wenn ich mit meiner Mutter die Straße mal angehe, sehen mich wahrscheinlich, wenn dann Außerirdische kommen, gucken die uns auch und sagen, ja, seht ja alle gleich aus hier. Ja, also was er sagen will, naja, was soll man machen bei Minifiguren, dass, die Minifiguren sehen nun immer aus wie Minifiguren. Was soll man anderes machen, als eben eine Minifigur zu bauen? Das stimmt, aber man kann natürlich schon einzelne Merkmale nehmen, die eben ansonsten so nicht drin sind, wenn wir uns das hier nochmal genauer anschauen. Also wenn, man muss sozusagen nicht den gleichen Winkel nehmen, man muss nicht diese eckigen Beine nehmen, ähm, man muss nicht unbedingt den Knick in die Arme mit reinbauen. Und deswegen machen es halt manche, dass sie hier einfach ein Element, ein klickbares Element reinnehmen. Dann kann sich jedes Kind selbst überlegen, ob sie den Knick, äh, da reinhaben möchte oder eben nicht reinhaben möchte. Upsala, das war noch mein altes Video, ähm, hier schauen wir nochmal, was er ansonsten noch zu der Abmahnung sagte. Identisch? Ich bin völlig verwirrt, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Dementsprechend, äh, möchte Lego den Vertrieb europaweit verbieten von diesen Sets, die diese Figuren beinhalten. Ja, und das trifft es einfach auf den Punkt. Lego will einfach nicht dulden, dass da andere Sets noch auf die Märkte kommen. Sie berufen sich vornehmlich auf ihre Marke, die sie haben, ähm, und, äh, das ist diese 3D-Marke, die ich euch jetzt schon mehrfach gezeigt habe. Lego könnte auch noch versuchen, sich auf das Urheberrecht zu berufen, ähm, im Urheberrecht allerdings wird es schon fast ein bisschen schwieriger. Da geht es eben darum, dass eine Minifigur so viel Kreativität haben muss, dass sie vom normalen Entwicklungszustand abweicht. Und da muss ich sagen, nö, das sind halt kleine Männchen und da gebe ich dem Thomas Panke wiederum recht, mit Armen und Beinen dran. Also diese Urheberrechtsthematik, sage ich mal, können wir hier, äh, Akte legen, zur Seite, äh, schieben. Es gibt noch im Wettbewerbsrecht eine Funktion des Nachahmungsschutzes im UWG. Man kann also nicht, was bei Mitbewerbern gut läuft, einfach so nachmachen. Könnte Lego noch versuchen, ist aber nicht ganz so einfach. Ähm, deswegen gehen sie einfach auf ihre 3D-Marke, die sie einfach so wahnsinnig hoch halten und wo sie sagen, ja, ähm, mit dieser 3D-Marke bekommen wir das Ganze dann auch hin und gekippt. Jetzt ist für euch noch interessant, also die beiden, äh, Johnny's World und Thomas Panke, der Held der Steine, die haben beide gesagt, wir werden kämpfen, wir können, das wäre ja für uns, äh, ein, ein Riesenproblem, äh, wir, wir könnten insgesamt, äh, gar nichts mehr verkaufen. Die haben beide viele alternative Klemmbausteine mit im Programm und, das ist auch noch ein Vorwurf, der hier gemacht wird, sie nennen die alle Lego-Steine, weil das ja mehr oder weniger der allgemeinen Begriff ist. Ihr wisst vielleicht, dass die Marke Tempo, ähm, meine ich jedenfalls, aber ich glaube, ich bin doch, ich bin mir sehr sicher, dass die Marke Tempo gekippt worden ist, weil sie in den allgemeinen Gebrauch übergegangen ist. Und so wird auch hier versucht zu argumentieren, naja, Lego sind alle Steine, die eben Klemmbausteine sind. Das ist auch wie so ein allgemein, äh, allgemein Begriff. Und da kann nicht nur die Lego Jurus AS aus Billund in Dänemark sich darauf berufen. Äh, was wird übrigens von denen hier verlangt? Äh, es wird verlangt, dass man eine Unterlassungserklärung abgibt, dass ein Auskunftsanspruch, ähm, ähm, erfüllt wird. Da geht es darum, wie viel hast du verkauft, woher sind deine Bezugsquellen und so weiter. Und natürlich Kosten der Rechtsanwälte, das Wichtigste an der ganzen Sache natürlich, nein, Quatsch, Scherz beiseite. Aber 2289 Euro soll auch hier so eine Abmahnung kosten. Also wir hatten auch einige Abmahnungen vorliegen von Online-Händlern, die eben Lego-Figuren verkaufen. Und da ist jede Abmahnung einfach, ähm, anders. Wenn man, das habe ich euch auch nochmal ausgesucht, von so eindeutigeren Fällen, wenn man sich eine, ähm, eine solche Nachahmung allerdings anschaut, das hat, äh, haben die, hat die Webseite Promobricks mal gebracht, dann wird es schon kritischer. Hier sieht man selbst, dass auf den Noppen möglicherweise noch das Wort Lego draufgeschrieben worden ist. Hier ist der Mantel hinten der Dr. Doom-Figur ein bisschen anders. Da ist, äh, hier ist er blau, der ist er grün. Also ich wüsste jetzt nicht, was das Original ist und was nicht. Hier kann man sagen, Markenrechtsverletzung 100% Haken dran. Bei allen anderen, die ich euch hier gerade so gezeigt habe, äh, da wird es einfach um einzelne kleine Details der Marke gehen. Da wird es darum gehen, dass man sich ganz genau anschaut, inwiefern wird hier nachgebaut, äh, dass da unten der Fuß nochmal eckig ist, dass die Beine geradlinig und eckig sind, inwiefern sind die Proportionen nachgebaut worden. Das alles wird jetzt Teil eines Gerichtsverfahrens sein, was der Held der Steine und eben Johnny's World austragen müssen. Und was wir hier natürlich auf diesem Kanal sehr genau beobachten werden. Deswegen an dieser Stelle schon mal, lasst gern ein Abo da, wenn ihr wissen wollt, wie das ausgeht. Und jetzt habe ich euch noch versprochen, was bedeutet das für euch? Was bedeutet das für euch, wenn ihr hier Produkte ankauft, die markenrechtsverletzend sind? Naja, ihr selbst als Endkunde nehmt ja nicht am gewerblichen Handel teil. Und deswegen könnt ihr mit dem Ankauf eines 1 zu 1 Plagiats eben keine Markenrechtsverletzung begehen. Ja, und sollte es so sein, dass ihr eine Urheberrechtsverletzung im Kopf habt, auch da wieder ist es so, ähm, wenn ihr fälschlicherweise an so eine Nachahmung rangekommen seid, die auch noch eine 1 zu 1 Nachahmung ist, ist es so, dass ihr im Privatgebrauch ja keine Kopie angefertigt habt und insofern euch da urheberrechtsmäßig auch nichts vorgeworfen wird. Ich habe auch keine einzige Abmahnung erlebt, die gegen die Endkunden sich gerichtet hätte. Vielmehr versucht man es auf zwei Wege seitens Lego. Man versucht erstens an die großen Produzenten ranzugehen. Da hatte ich vorhin drei genannt, die eben diese Nachahmprodukte, diese ähnlichen Produkte haben. Das ist Qman, Linus und Kogo. Da scheint es einige Rechtsstreitigkeiten zu geben. Und dann in einem weiteren Schritt versucht man auch an die Vertriebskette ranzugehen, also an beispielsweise den Held der Steine oder an Johnny's World, die diese Nachahmprodukte verkaufen. Man denkt immer, Lego, schönes Kinderspielzeug, aber hinter den Kulissen, da geht es heftig ab. Was meint ihr? Schreibt es unten in die Kommentare. Sollte es eine Möglichkeit für die Märkte geben, solche kleinen Minifiguren, die doch so putzig und süß sind, auch ohne Abmahnungen vertreiben zu können und die Kinder eben zu vernünftigen Preisen zu beglücken? Oder meint ihr, naja, Lego hat nun mal das tolle Spielzeug erfunden und dann darf auch nur Lego dieses tolle Spielzeug verkaufen und kein anderer und wer keinen Bock mehr auf Lego hat, soll sich halt Playmobil kaufen oder was auch immer. Wobei das ja nicht ganz ersetzbar ist, da kann man ja nichts ineinander stecken. Ich bin sehr gespannt und werde die Sache selbstverständlich hier auf diesem Kanal weiter verfolgen. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns morgen hier auf diesem Kanal auf jeden Fall schon wieder mit einem neuen Video. Bis dahin könnt ihr die Zeit noch mit diesen beiden Videos überbrücken. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.